Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fountain of Youth. Weiter geht's, Leute, im Survival-Abenteuer. Und wir werden als erstes mal unsere Kiste updaten, wo unser Essen drin ist. Denn wenn man hier oben auf Upgrade geht, kann man die einfach updaten und dann konserviert die Lebensmittel besser. Das werde ich auf jeden Fall mal tun. Weil das lohnt sich natürlich bei der am meisten. Weil wir natürlich da das Essen drin haben. So, jetzt müssen wir gleich mal gucken hier. Ich würde gerne so einen Tee herstellen. Da, Kamillesaft. Einmal herstellen, perfekt. Und direkt einmal nehmen für unsere Magenverstimmung. Äh, Inventar. Da. So, uns geht's wieder supidupi. Dann craften wir gleich mal das ganze Essen, was wir noch haben. Am besten so, dass wir mal in der Kiste kommen. So. Falls das schwerer sein sollte. Was? Was? Craften nicht möglich. Nicht genug Brennstoff. Ja, ist ja gut. Äh. Lange Stöcker jetzt nicht unbedingt. Crafting. Fleisch. Kochlevel 2. Perfekt. Und dann hat man noch Spiegelei 1, glaube ich. Da brauchst du zwei Eier für. Dann müssen wir das Rohr essen. Dann ist das so. Wir haben ja gerade eh einen Stahlmagen. Und dann... Wo kann man die Dinger denn eigentlich... Trocknete Dinger. Ist das auch am Lagerfeuer oder was? Nö. Ah, hier die Füchse haben wir auch noch. So, jetzt haben wir auch genug Essen. Jetzt müssen wir uns langsam nochmal um Trinken bemühen. Die werden getrocknet einfach nur. Komm, die packen wir jetzt erstmal trotzdem da rein. Ähm. Wegpacken. Und jetzt packen wir so weg. Okay, wir haben voll viel Essen. Sieben Fleisch. Plus noch zwei Kanigel. Junge, Junge. So. Mh. Das sieht erstmal ganz gut aus. Das Feuerholzding. Das lasse ich eigentlich immer hier liegen. Das habe ich mir irgendwann mal angewöhnt in der Demo. Das musst du nicht immer mitschleppen. Das kann da liegen bleiben. Dasselbe gilt eigentlich dann... Für... Den Eisenanzünder. Würde ich mal behaupten. So, dann liegt das da rum. Aber wir brauchen es ja nicht immer. Die kaputte Axt würde ich jetzt... Eigentlich reparieren wollen. Brauchen wir halt... Steine für. Und ich wollte mir nochmal eine neue Kokosnussflasche machen. Für... Den... Regen-Auffangen-Behälter. Hier ist eine große Balme. Eine Kokosnuss. Alles klar, wir nehmen die drei hier auch. Beziehungsweise zwei ernten wir mal. Kann man auch gleich alle mitnehmen, oder? Jetzt mal ehrlich. So. Craften uns was zu trinken. Hier kommen dann beide. Trinken. Einmal trinken. Und den Rest packen wir in unsere Konservierungskiste. Oh shit, wollte ich gar nicht trinken. Egal. So, eine behalten wir. Liane haben wir noch. Crafting. Und dann haben wir doch hier irgendwo die... Das Gefäß. Mh, da. Kokosnuss-Gefäß. Einmal craften. Dann rennen wir nochmal raus. Oh, das Feuer ist aus. Okay. Hey, ich hab schon wieder Magenverstimmung. Wieso das denn? Hör doch auf. Nur weil ich rohes Ei gegessen hab, oder was? Bobbing! Okay, das heißt, ich muss das gar nicht da platzieren. Aber, da wir noch nichts haben, bleibt auch das einfach hier liegen. Ah, wäre schöner, wenn es stehen würde. Aber gut. Das Gute ist, die Sachen die spawnen nicht, soweit ich das weiß. Und deswegen kann man die schön daneben deponieren. So. Wir haben am Morgen... Müssen aber so ein bisschen schlafen eigentlich. Dann ist es Mittag. Na ja, machen wir. Jetzt regnet es wieder. Nervisch. So, dann können wir nochmal... Wir haben eigentlich kein Brennholz. Wir haben kein Brennholz. Lasst uns mal auf jeden Fall die... Die Stöcker und so lagern. So, das haben wir, das haben wir. Den Hammerhammer. Den könnten wir eigentlich mal ausrüsten und gucken. Ich glaube nämlich... Hausmodul. Damit können wir nämlich mehr bauen. Aber wir brauchen Baumeister-Werkzeugkasten. Wenn mich nicht alles täuscht. Kann man den auch craften, richtig? Oder craftet man den an der Säge? Wollten wir eigentlich einen Bogen machen. Komm, wir machen erst mal einen Bogen. B-b-b-b-b-b-bogen. An der Werkbank. Bogen. Herstellen. Yes. Vielleicht hat es bis dahin dann auch auf Gürteln regnen. So, Bogen. Ist natürlich blöd. Wir sollten uns noch die... Den Lianengürtel machen. Einmal Banane, einmal Palme. Einmal Banane, einmal Palme. Denn mit dem Gürtel können wir ja... Eine Waffe mehr tragen. Oh, jetzt fehlt mir ein Lianensei. Ich kriege ein Kind. Aber wir haben doch hier eigentlich noch eine Liane. Können wir nicht... Sehr schön. Hat das noch gereicht? Jetzt hätte ich fast das Falsche gecraftet. Ich habe doch schon einen Bogen. Jetzt hätte ich fast einen zweiten Bogen gebaut. Wir wollten den Gürtel... Ach, scheiße. Jetzt habe ich die hier reingepackt. Abbrechen. So. Alter. Fast das Falsche. So, Lianen-Dings. Jetzt fehlt mir eine. Dingsbums. Crafting. Ausrüstung. Gürtel. An der Werkbank baue ich den. So. Mit dem Waffengürtel können wir jetzt nämlich... ...den Bogen noch... ...darunter packen. Ich würde das eigentlich ganz cool finden, wenn man sich hätte die... ...Dings einblenden lassen können. Die 1, 2, 3 und so. So, jetzt haben wir einen Bogen. Jetzt gucken wir mal nach Pfeile. Mir reicht natürlich erstmal Hölzer eine Pfeile. Wir fehlen Palmenblätter. Ich weiß halt auch nicht, wie viel man da jetzt kriegt, wa? Wenn man das craftet, wie viel man da rauskriegt. Hier steht eine 3 drunter. Da kriegt man 3 Steinpfeile, oder was? 3 mal Pfeil. Hier nur ein Pfeil. Uff. Das ist wenig. Steinpfeile machen natürlich auch mehr Schaden. Grundhaltbarkeit 5. Grundhaltbarkeit 10. Das heißt, ich bräuchte jetzt Steine. Aber Steine muss man auch erstmal finden on the map. Federn haben wir, aber Steine nicht. Okay, dann lassen wir es erstmal. Zwei Pfeile. Das ist ja nix. Schön. Jetzt haben wir zwei Pfeile. Naja, besser als nix. Ich glaube, die kann man auf jeden Fall wieder aufheben. Man muss nur treffen. So, Dora, mach's gut. Schlaf schön. So, dann würde ich sagen, haben wir soweit erstmal das Zeugs gefunden. Was kann ich denn mit dem Schildkrötenpanzer machen? Den haben wir jetzt. Schön, dass wir den haben. Habe ich noch eine Kamille eigentlich? Kamille, Kamille, Kamille. Ne. Könnten wir uns aber holen. Gab's da um der Ecke. Für unseren Magen. Wir wissen. Magen ist wichtig. Sollte man nicht vernachlässigen. Kann man eigentlich irgendwo die Waffe abwählen? Irgendwann mal das Schießen testen. Uff. Der lässt eigentlich sofort los, ey. Ist der Pfeil weg. Ich krieg ein Kind. Soviel zum, wir können den Pfeil ja wieder aufheben. Der hat den einfach sofort losgelassen und der Pfeil ist weg. Kann man nicht wieder aufheben? Nur wenn er an Tieren steckt, oder was? Der ist ja richtig mäh. Schön. Klasse. Prima. Jetzt müssen wir gucken. Irgendwo gab's noch Steine. Weiß noch nicht mehr, wo. Nächstes brauchen wir auf jeden Fall die Sicht. Können wir mal kurz gucken bei Charakter. Bei den Belohnungsdingern. Wir brauchen noch ein Bambusrohr. So ein Bambusstock. Gucken wir, wo wir den finden. Wir brauchen auf jeden Fall Steine. Irgendwo gab's hier noch welche. Die Frage ist, wo? Was haben wir hier? Eine Daddelpalme. Tatsächlich. Boah, die würde ich gerne mal alle mitnehmen. Daddeln. Jetzt haben wir Daddeln, Leute. Was können denn Daddeln? Esbar. Kann von Daddelpalmen gesammelt werden. Aber ist auch schlecht für den Magen. Krass. Getrocknete Datteln. Ein Dehydrierer für Lebensmittel. Da müssen wir in die Luft ballern. Okay, dann nehmen wir auf jeden Fall die Kokosnuss mit. Machen wir uns Wasser. Okay, Drachenlandze, den lese ich nicht vor. Der ist so schlecht. Nee. Dattelpalmen. Ist das die Palme? Ist das die Gamerpflanze? Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Weißt du, was ich schade finde? Dass es hier nicht einfach so auch mal Steine gibt. Du musst ständig diese Dings da finden. Du musst... Oh, hier ist Kammel. Die können wir einmal mitnehmen. Du musst ständig diese Steinhaufen finden und das finde ich so ein bisschen nervig. So, hier haben wir noch eine Angelstelle. Und da vorne... Könnte man jetzt eigentlich rein theoretisch mal hinlaufen. Da hat man nämlich auch was zu erkunden, tatsächlich. Ach ey, ich bräuchte Steine. Okay, man kann also einen großen Stein in vier kleine... Das machen wir. So. So, und hier haben wir eine neue Tafel. Wir gehen erstmal hier hoch kurz. Und hier ist ein neues... Hier ist noch ein Alter. Guck mal. Ruvie. Okay. Da unten liegt einer. Guck mal. Steht denn hier so? Stück einer Karte der Einheimischen. Du hast eine neue Möglichkeit erlernt. Bitte was? Vergessenes Fernrohr. Ja, aber was ist... Was war das jetzt hier? Da waren die Karten. Brief, bla, blie, blub. Ressourcenkarte. Da wohne ich. Da wohnt mein Haus. Aber mehr sehe ich doch hier gewohnt. Kann doch nicht weiter weg. Ah. Oha, es gibt noch andere Inseln. Das ist neu. Das kenne ich so gar nicht. Es gab bei der Demo nur einen... Äh... Eine Insel. Deswegen machen jetzt die Schiffe auch endlich mal Sinn. Verstehe. Und hier haben wir eine neue... Tafel. Lied von der Bestrafung der Beschenkten. Als der Tod den letzten der Höchsten geholt hatte, endete die große Jagd. Tafelmarkt. Okay. Gut, wir haben auf jeden Fall wieder einen Punkt. Jetzt die Frage, was lernen wir als nächstes? Auf jeden Fall, glaube ich, diesen... Diese Konzentration hier. Da können wir nämlich jetzt auf V drücken. Und haben eine bessere Sicht. Äh... Zwecks Ressourcen. Hier gibt's keine. Ich hätte halt gerne Steine. Oder auf zu zaubern. Ich hab grad keine Waffe. Aber Steine sind irgendwie Mangelware, finde ich. Ganz schwierig, ey. Ich hab auch ein bisschen Hunger. Lass uns mal die Kokosnuss essen. Essen. Das Essen nicht vergessen. Sprach er und hat heute noch nichts zum Abendbrot gegessen. Hahaha. Außer ne Handvoll M&Ms. Hm. Jetzt mal gucken auf V. Aber was bringt mir V denn eigentlich? Ich dachte, das ist hier... Zum Ressourcen finden. Das ist ja... Aber das macht ja gar nichts. Hä? Das muss ich eigentlich noch mal lesen. Schaltet den Konzentrationsmodus frei. Zugänglich mit V-Hotkey. In dem Modus werden Spezialobjekte, Waffen, Munition und feingelassene Taschen hervorgehoben. Ach so. Ich dachte, da wären noch Gegenstände... angezeigt. Das Ding ist, ich brauche eigentlich Steine. Ohne Steine ist Kacke. Aber hier gibt's keine Steine. Ich hab nur diesen einen Haufen, den wir da mal gefunden haben. So, da oben haben wir schon den ersten Vogel. Die hab ich noch sehr beschissen in Erinnerung. Greifen wir mal von oben an. Man hört das immer so... Und dann kommen sie. Oh, hier ist ein Nest von denen. So, erst töten. Oh, da kommt er. Warme, Junge. Direkt ein paar vor die Maske gematcht. What the fuck? Du hast ne Verletzung erlitten. Wieso denn? Von was? Vom Vogel aufheben, oder was? So, jetzt nicht euer Ernst. Toll. So, eigentlich ursprünglich wollte ich Steine. Schön. Da hab ich ne Verletzung. Aber ich hab auch ne Bandage dabei. Guck mal, ich hab nen Kratzer. Da können wir auf jeden Fall Bandage benutzen. Ja, hat funktioniert. Sehr gut. Wenn man irgendwo runterfällt, kriegt man auch schwere Verletzungen. Oder schwere Kratzer. Da hilft das dann nicht mit der Bandage, glaub ich. Irgendwas war da. Und am schlimmsten sind Brüche. Brüche sind richtig nervig. Aber was mich am meisten nervt, ist, dass wir halt echt keine Steine finden, wa? Wir könnten echt mal mehr Steine platzieren. Ich find das echt, weiß ich nicht. Das ist echt negativ an dem Spiel. Das muss ich schon sagen. Steine ist... Mäh. Der Greißer. Der elendige Geier. Aber der kommt gar nicht runter. Aber hier gibt's Steine. Guck mal. Ohn großen auch. Weiß nicht, ob der mich jetzt angreift. Nö, noch kommt er nicht. Guck mal. Vier Steine. Müssen wir mal gucken. Ja, natürlich regnet das jetzt wieder. Wir sind überladen. Ich muss irgendwas wegschmeißen. Und ganz ehrlich, ich glaub ich schmeiß die Daddeln weg. Oh. Körerangriffsmusik. Der Adler kommt. Schreibt er mich jetzt an. Ich glaub schon, war der geht schon auf Sturzflug. Der geht auf Sturzflug. Und. Er geht einfach wieder. Gut. Er geht einfach wieder. Aber was schmeißen wir jetzt weg, Chat? Warum hab ich die langen Stöcke eigentlich mitgenommen? Ich vollidiot. Schwierig. Wir haben jetzt zwölf. Die Eier können weg. auch irgendwas, wo ich mehr tragen kann. Jetzt hab ich einmal Steine gefunden, weißt du? Holzkohle können wir weghauen. Das ist ja krass. Wie soll ich denn jetzt so wenig tragen, ey? Das ist verrückt. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ehrlich gesagt. Kommst du runter, oder was? Oh, ja. Sturzflug, Sturzflug. Komm her, Junge. Ich spiel eine Runde Baseball mit dir. Ich treffe die halt voll gut. Ich weiß noch, in der Demo hab ich die immer nicht getroffen. Das ist jetzt schlecht. Ich wollte tatsächlich eigentlich die Steine mitnehmen. Steine finde ich schwieriger als Palmblätter. Deswegen lass ich die hier. Es muss doch irgendein Pirk noch irgendwas geben, das ich mehr tragen kann, oder was? Athletik. Gibt's hier noch irgendwas, das ich mehr tragen kann? Eigentlich dann bei Athletik. Das ist Ausdauerstärke. Nee. Krass, gibt's gar nicht. Kann man das Level nicht tragen lassen? Nee. Nee. Wenn du mich fragst, kann man das nicht leveln. Oh, ich wollte die Steine gerne mitnehmen, Leute. Was schmeiß ich weg? Viel hab ich ja nicht mehr zum Wegschmeißen. Wisst ihr, was nämlich auch Kacke ist? Selbst die Sachen, die wir anhaben, die wiegen. Ui. Okay, egal. Dann schmeiß ich jetzt noch Stöcker weg. Ich kann immer noch nicht noch sechs zu viel. Holy Macaroni. Selbst der Dings wiegt, die Pfeile wiegen, alles wiegt hier. Stärke ganz oben. Was meinst du? Das meinst du? Ja, das ist aber deine Stärke. Maximale Tragegewicht erhöht. Auf dem nächsten Level. Nahtkampffähigkeit und Fertigkeit zum Tragen von Lasten. Verbessert sich beim Tragen schwerer Lasten und beim Austeilen von Nahtkampfschaden. Das heißt, wir müssen echt mehr kämpfen, wa? Hallo Great Dragon, herzlich willkommen. Ja, ich hab's gerade gefunden. Verrückt. Aber ich kann nicht laufen, Leute. Da müssen wir jetzt auf jeden Fall auch die Steine hier lassen. Das schmerzt. Oh, die wiegen aber auch richtig böse, wa? So. Klingt mir ja schon fast weh. So, das heißt, wenn wir kämpfen, kriegen wir mehr Tragelast. Alles klar, komm ran, Junge. Das Ding ist, dass die Viecher mich immer erwischen. Richtig nervig. So, jetzt müssen wir den ganzen weiten Weg wieder zurück zur Höhle. Uh. Schön. Aber wisst ihr, was ich komisch finde? Jetzt guckt er nach da unten. Wir müssen aber eigentlich nach da drüben. Na ja, egal. So, ich mache mir jetzt auf den Weg nach Hause an die lieben Leutchen auf YouTube. Wir sehen uns zum nächsten, äh, Video wieder. Würde mich natürlich freuen. Lasst ein Däumchen da und, äh, schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr das Spiel auch spielt. Und, ähm, ob euch das mit den Steinen auch so nervt. Also, mich nervt das sehr. Muss ich schon sagen. Weil Steine sind nun mal was, was man oft braucht. oder viel braucht. Und, äh, wird mich jetzt nicht getroffen. Guck mal, der haut sogar ab. Bleib stehen, Juge. Warte, den machen wir noch schnell. Oh, ich kann nicht zuhauen, jetzt. Uff. So. Also, bis zum nächsten Video. Däumchen nicht vergessen. Und bis dahin, macht's gut. Tschüss. I must venture forth. Uncover the fate of my crewmates. These paintings. These inscriptions. What if I can find it?